Hallo, ich bin die Jörgke Darfratzer, ich bin soziale Gemeindeentwicklerin in der Verwaltungsgemeinschaft und Vereingemeinschaft Pfaffenhausen. Was ist dein schönstes Erlebnis in der PG? Mein schönstes Erlebnis? Tatsächlich kann ich sagen, eigentlich alle Begegnungen oder alle Veranstaltungen, wo Begegnung und Ausbau stattfindet, sei es jetzt die Strandwochenende, Zeltlager, Firmwochenende oder das internationale Dorfverschlecht, das vorletzte Woche in Bedenau, wo einfach Gemeinschaft, Miteinander, Austausch stattfindet und ja, wo was passiert, wo Menschen zusammenkommen und eine gute Zeit miteinander haben. Okay, cool. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Boah, also da würde ich sagen, ganz konkret, wenn es so schön Wetter ist, wie gerade eben, bin ich am liebsten in den Bergen unterwegs und liebst, wenn ich auf dem Gipfel stehe und einfach eine, wenn ich es geschafft habe dann mit der Brotzeit und einfach eine wunderbare Aussicht habe. Okay, was ist dein Lieblingsfußballforum? Ja, früher ganz konkret war es immer der FC Bayern, aber jetzt würde ich sagen, der FC Frechenreden, wo ich herkomme. Okay, und jetzt würde ich noch gerne wissen, was ist dein Lieblingsnit und warum? Das kann ich nicht so ganz beantworten, weil ich oft so stimmungsabhängig Musik höre. Ich bin ein großer Fan von allgemeiner Folkmusik, wo ich ganz viel höre, auch Christian-Volkmusik oder auch Animal Canterite oder auch, was ich ganz viel gehört habe und ganz gerne immer gehört habe, ist Fall of the Sun von Seyfield Rudd. Okay, cool, danke für deine Antwort. Ja, danke auch. Okay. Okay.